Hi zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Lightroom Tutorial. Mein Name ist Stefan und ich freue mich ganz besonders, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute soll es mal um das Thema Histogramm gehen und alles, was so dazugehört im Programm Lightroom und ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Bevor wir mit dem Tutorial starten, will ich dich ganz kurz nochmal darauf hinweisen, dass ich natürlich auch bei Facebook und bei Instagram zu finden bin. Die Links dazu findest du unten im Video. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du mir auch da folgst. Da kommen immer wieder coole Fotos und auch Behind the Scenes. So, lass uns direkt starten mit diesem Bild und es soll jetzt mal um das Histogramm gehen. Für alle die, die das Histogramm noch gar nicht kennen, das findest du hier oben auf der rechten Seite in Lightroom. Wenn du jetzt hier im Entwickeln-Modus drin bist, dann siehst du das hier und dieses Histogramm zeigt dir im Endeffekt an, welche Bereiche des Bildes wie von der Helligkeit wie stark vertreten sind. Das heißt, ich habe jetzt hier auf der linken Seite meine dunklen Bildbereiche. Hier unten siehst du auch diese Bezeichnung. Hier unten unter dem Histogramm direkt steht jetzt hier, wenn ich hier über das Histogramm rüberfahre, schwarz, dann kommen die Tiefen, dann kommt die Belichtung, dann kommen die Lichter und ganz rechts kommt die Weißwerte. Und genau diese Bezeichnung findest du hier unten auch in der Grundeinstellung-Palette. Also hier hast du die Belichtung, was hier in der Mitte ist, hier hast du die Lichter, die Tiefen, die Weißwerte und die Schwarzwerte. Also das hängt irgendwie alles miteinander zusammen. Und wenn du meine Videos schon kennst, dann weißt du ja, dass ich jetzt hier meine Tiefen und meine Lichter und so weiter einstelle, wie ich das gerne mache. Und dass ich dann am Ende ein wirklich schön ausbalanciertes Bild bekomme. Ja, was ist jetzt eigentlich der Trick an diesem Video, was ich dir zeigen möchte? Das Ding ist, man kann jetzt hier oben in das Histogramm auch direkt reingehen und dann wird das Ganze hier mal so ein bisschen gehighlighted. Wenn ich jetzt hier also drüber fahre, dann siehst du, dass hier in der Mitte des Histogramm das Ganze so ein bisschen hervorgehoben wird. Und das ist jetzt hier zum Beispiel die Belichtung. Das Ganze wird jetzt hier unten in dieser Palette auch nochmal hervorgehoben. Das heißt, wenn ich jetzt hier rüber fahre, dann siehst du, dass Belichtung hier ein bisschen heller wird. Und auch der Mauszeiger verändert sich hier so ein bisschen. Und ich habe diesen Trick das erste Mal gesehen, glaube ich, bei Benjamin Jaworski, als er für Adobe einen Vortrag gehalten hat. Da hat er das mal gezeigt. Das ist mir vorher gar nicht so aufgefallen. Aber man kann tatsächlich jetzt hier direkt im Histogramm das Ganze von der Helligkeit verändern. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach mal reinklicken in das Histogramm und das Ganze ein bisschen weiter nach rechts ziehen. Und dann siehst du, wie ich jetzt hier die Belichtung im Bild verändere, obwohl ich das Ganze jetzt hier direkt im Histogramm mache. Und jetzt kann ich das Ganze hier zum Beispiel einfach mal eine Blende, ein bisschen mehr als eine Blende, einfach mal heller machen. Indem ich hier einfach im Histogramm direkt das Ganze weiter nach rechts gezogen habe. Und das ist sehr cool, weil gerade für die Leute, die jetzt wirklich sehr technisch versiert sind und technisch arbeiten, ich zähle mich dazu eigentlich auch. Also das heißt, ich gucke immer so sehr auf das Histogramm, dass das wirklich ausbalanciert ist. Und da gibt es jetzt einfach diese Möglichkeit, dass man das Ganze noch ein bisschen grafischer hat und noch besser sehen kann am Histogramm direkt, wie wir arbeiten müssen. Jetzt kann ich hier zum Beispiel auch die Schwarzwerte nehmen und einfach noch ein bisschen weiter nach links schieben, bis ich jetzt hier quasi direkt dran bin am linken Rand und somit das Ganze klippt, wie man so schön in Englisch sagt. Also wie das Ganze dann quasi ausbrennt oder absäuft in den Schwarzwerten. Sobald jetzt hier dieses Dreieck oben anfängt zu blinken, du siehst jetzt, dass es jetzt hier gerade rot geworden ist. Wenn ich noch weiter ziehe, dann wird es irgendwann gelb und irgendwann wird es dann komplett weiß. Das passiert immer genau dann, wenn ich an den Rand von der linken Seite komme. Und wenn das Ganze jetzt hier zum Beispiel rot wird, dann heißt das, dass jetzt hier die roten Pixel im Bild schon komplett schwarz sind. Und sobald das Ganze weiß ist, ist wirklich alles schwarz im Bild von den jeweiligen Pixeln. Also wir haben ja sowohl rote als auch grüne als auch blaue Pixel im Bild, RGB. Und die zusammen ergeben dann immer ein Weiß. Das ist so ein bisschen Farbenlehre. Da kann man sich auch noch mal ein bisschen weiter mit beschäftigen. Und sobald das Ganze hier weiß ist, dieses Dreieck, ist es wirklich komplett schwarz. So, und ich werde jetzt hier mal so weit gehen, dass das Dreieck anfängt zu blinken und dann wieder so ein Stück das Ganze zurückziehen, dass wir hier gerade noch so am Rand sind, dass es eben nicht komplett schwarz ist. Also sind wir jetzt hier beim Schwarzwert von minus 7. Und hier drüben können wir das genau das gleiche machen. Ich ziehe das Ganze jetzt ein bisschen weiter nach rechts hier, die Weißwerte. Und sobald jetzt hier das Dreieck aufblinkt, nehme ich das Ganze wieder so ein bisschen zurück. Dann sind wir bei plus 16 für die Weißwerte. Das gefällt mir so schon richtig, richtig gut. Und ich kann jetzt hier zum Beispiel auch noch die Tiefen ein bisschen anfassen und die noch ein bisschen auffällen weiter. Einfach um ein paar mehr Details noch reinzuholen. Und genau das Gleiche könnte ich jetzt hier auch mit den Lichtern tun. Die nehme ich noch ein bisschen weiter zurück. Natürlich habe ich jetzt am Anfang gesagt, wir bearbeiten immer nur die Bereiche, die jetzt hier geheilatet werden. Das stimmt fast komplett. Das heißt natürlich nicht, dass die anderen Bereiche komplett unbearbeitet bleiben. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Lichter ein bisschen hin und her bewege, dann wird so ein ganz bisschen das Weiß natürlich auch noch mit beeinflusst. Dementsprechend haben wir jetzt hier auf beiden Seiten doch nochmal blinkende oder erleuchtende Dreiecke bekommen. Und das ist jetzt einfach so ein Spiel, wo man immer wieder so ein bisschen anpassen muss. Das heißt, wenn ich den einen Regler bewege, muss ich vielleicht mit dem anderen Regler wieder ein bisschen kontern. Und so kann man das Ganze dann sehr, sehr gut gestalten. Jetzt gibt es ja hier auch noch weitere Regler, wie zum Beispiel den Kontrast. Das heißt, ich kann jetzt hier noch ein bisschen mehr Kontrast in das Bild bringen. Und auch das bewirkt natürlich, dass wir wieder hier die Dreiecke haben, die dann jetzt hier rot aufleuchten. Dementsprechend muss man jetzt hier mit den Schwarzwerten und den Weißwerten immer wieder noch so ein bisschen weiter zurückgehen. Oder auch wenn ich Klarheit noch ins Bild bringen möchte, wobei das jetzt hier in dem Fall gar nicht so der Fall ist. Da das Bild an sich schon relativ viel Klarheit besitzt, werde ich das jetzt hier gar nicht groß machen. Aber nur, dass du das mal verstehst, also man kann auch im Nachhinein immer wieder das Ganze noch sehr gut anpassen. Ich finde das aber eigentlich eine ganz coole Möglichkeit, dass man jetzt hier direkt im Histogramm das Ganze verändern kann. Schaust dir einfach mal an, ob es für dich Sinn macht, das Ganze direkt im Histogramm zu bearbeiten oder ob du weiter über das Ganze über die Regler machen möchtest. Für mich auf jeden Fall eine coole Alternative und man kann damit auf jeden Fall ein bisschen grafischer arbeiten. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn du Fragen dazu hast, stell sie natürlich gerne in den Kommentaren. Genauso kannst du dort auch weitere Video-Vorschläge posten. Und wenn du mein Newsletter noch nicht abonniert hast, dann tu auch das. Ab und zu gibt es da mal eine kostenlose RAW-Datei oder auch einfach nur ein paar Tipps und Tricks, was ich sonst noch so im Internet gefunden habe. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten. Ciao!